Musik Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen Interview der Woche. An meiner Seite heute Siegbert Eisenach. Siegbert Eisenach ist Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin. Und wir haben es gehört, wir lesen es in den Medien, der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern geht es so gut wie noch nie. Wirtschaft auf einem Rekordhoch, sagt man. Stimmt das? Ja, also der IHK-Konjunkturbericht besagt, dass wir insgesamt einen Index von 131,3 Punkten haben. Und das ist ein Allzeitrekord. Seit der Wende hatten wir nie eine bessere Zahl zu verzeichnen. Und das setzt sich sowohl aus der Geschäftslage als auch aus den Geschäftserwartungen für die Zukunft zusammen. Kommen wir mal auf die Branchen zu sprechen, die diese positive Entwicklung verursachen, sozusagen die Treiber praktisch. Lässt sich da was festmachen? Ja, insbesondere im Bereich des verarbeitenden Gewerbes, also der Industrie vor allen Dingen, aber auch der Bauindustrie, sehen wir, dass ganz überwiegend positive und befriedigende Ergebnisse vorliegen. Und gerade im Bereich des Baus hat uns kein Unternehmen mitgeteilt, dass die Geschäftslage negativ ist, sondern alle sehen das als höchst positiv an. Und wenn sie durch die Lande fahren, sehen sie das ja auch, dass überall der Hochbau blüht und dass dort investiert wird. Und das sieht natürlich auch andere Bereiche mit sich. Sie sind ja Geschäftsführer oder Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin, also West-Mecklenburg. Das heißt von Wismar bis runter nach Dömitz, Beutzenburg an die Elbe. Das ist ja ein sehr großer Bereich. Wo gibt es Schwerpunkte? Wismar ist natürlich die Hafenwirtschaft. Jetzt aber natürlich auch am Horizont zeichnet sich ja die positive Entwicklung der MV Werften ab, auch in Wismar. Dann bis runter bis Dömitz. Was sind da für Branchen, die hier vertreten sind im Land und die West-Mecklenburg stark machen? Also grundsätzlich muss man feststellen, je weiter wir nach Westen kommen, innerhalb West-Mecklenburgs, desto besser ist die wirtschaftliche Situation. Und wir haben auch in West-Mecklenburg ländliche Gestaltungsräume, die noch entwickelt werden müssen. Sie hatten die Region um Beutzenburg herum angesprochen, beziehungsweise entlang der Elbe bis runter nach Dömitz. Aber auch der Bereich östlich von Parchim, der Bereich um Sternberg und Goldberg, der kann noch entwickelt werden. Schauen wir uns die Gebiete entlang der Magistralen an. Da denke ich an die A20, an die A24. Und da stellen wir fest, dass an jeder Ausfahrt sich ein großes Gewerbegebiet entwickelt hat. Und diese Gewerbegebiete mit Zielrichtung Hamburg, Hamburger Hafen, expandieren zurzeit auch und investieren. Ja, Herr Eisenach, zu den Branchen nochmal, die diese Entwicklung bestärken von praktisch Norden bis Süden. Was sind die starken Branchen, die West-Mecklenburgs? Im Bereich des verarbeitenden Gewerbes ist insbesondere die Ernährungswirtschaft sehr stark. Wir haben aber auch... Können Sie uns zwei Beispiele nennen, Ernährungswirtschaft? Ja, wenn wir uns zum Beispiel Arler in Uppal anschauen, da sehen wir, dass dort ein Kompetenzzentrum, ein europäisches Kompetenzzentrum für Quark, Milchprodukte entsteht. Oder aber wenn wir auch das neue Forschungszentrum uns bei Dr. Oetker anschauen, dann sehen wir, dass dort also auch gerade in der letzten Zeit investiert worden ist und dass an beiden Standorten eben auch wissensbasierte Arbeitsplätze entstanden sind. Und natürlich, das ist im Bereich der Ernährungswirtschaft und natürlich auch im Bereich der Medizintechnik. Und ein Leuchtturm in unserer Region ist euroimmun in Dassow. Dort wird ja das Haus der Ingenieure gebaut und dort werden also auch sehr viele wissensbasierte Arbeitsplätze geschaffen. Das sind so zwei Bereiche, die ich genannt habe, aber mit MV Werften haben wir jetzt einen großen Player entlang der Küste. Wismar, Rostock und Strahl-Sond. Und dort wird natürlich in Zukunft, werden dort Arbeitsplätze ausgebaut, aufgebaut. Und von dort versprechen wir uns natürlich auch entsprechende Impulse. Genauso wie auch aus dem Bereich der Luftfahrtindustrie, wenn ich dort an das neue Werk hier in Schwerin von Zimpflugsitze denke. Also da tut sich durchaus was, auch was Neuansiedlungen anbelangt. Ja, das ist sehr erfreulich. Sowohl hier in Schwerin beim Industriepark haben wir ja ständig neue Ansiedlungen zu verzeichnen. Einige Investitionen werden zurzeit jetzt dort auch noch umgesetzt. Internationale Investitionen, wenn ich zum Beispiel auch an Ypsomed denke, ein Schweizer medizintechnisches Unternehmen. Oder aber auch in Wismar siedeln sich im Fahrwasser der Werftansiedlung jetzt auch neue Unternehmen an. Da passiert einiges. Aber das verzeichnen wir entlang der Magistralen A14, A24 und auch A20. Große Hoffnung verbindet die Region ja mit der Metropolregion Hamburg. Jetzt hat sich Schwerin noch angeschlossen, die Landeshauptstadt. Jetzt ist der gesamte Landkreis mit dazu gekommen. Und auch die IHK zu Schwerin ist auf diesem Gebiet sehr aktiv. Was für Impulse kommen da aus dieser großen, natürlich Millionen menschenschweren Region? Ja, in der Tat. Die Metropolregion Hamburg hat über 5,3 Millionen Einwohner. Und die Metropolregion Hamburg hat auch ein drittes Standbein dazu bekommen. Neben der Erweiterung, der geografischen Erweiterung, die Sie gerade angesprochen haben, ist jetzt eben auch die Wirtschaft mit dazu gekommen. Die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin und auch die Handwerkskammer zu Schwerin sind jetzt integraler Bestandteil, Träger der Metropolregion Hamburg geworden. Und unsere Unternehmen äußern natürlich auch entsprechende Erwartungen. Worin liegen die Potenziale? Erstmal ein wesentlich größerer Verbrauchermarkt direkt hier vor Ort. Aber auch natürlich die Möglichkeit über Hamburg, über die Marke Hamburg, die Weltwirtschaft in Angriff zu nehmen. Das bezieht sich sowohl auf Export von Waren, aber eben auch hinsichtlich der Werbung für den heimischen Tourismus, für die heimische Hotellerie. Geht da nicht sozusagen der West-Mecklenburg als Peripherie dieser Metropolregion ein Stück weit unter? Ist da nicht die Gefahr gegeben, dass so eine Marke wie zum Beispiel Schwerin auch als Landeshauptstadt, auch als Tourismus-Destination und so weiter, ein Stück weit Hamburg nichts entgegenzusetzen hat? Die Gefahr besteht, aber dieser Gefahr muss man natürlich auch begegnen. Und wir um die Kerncity herum, wir Regionen, wir Wirtschaftsregionen, das gilt sowohl für die Region Schleswig-Holstein, südliches Schleswig-Holstein, nördliches Niedersachsen und auch westliches Mecklenburg. Wir arbeiten dort sehr gut und intensiv zusammen und möchten natürlich auch, dass unsere Region, die Peripherie, gestärkt wird. Aber wir glauben auch, dass wir alle gemeinsam von dieser Situation partizipieren, dass es also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten wird und dass die Potenziale wesentlich größer sind als die Gefahren, die damit verbunden sind. Ja, kommen wir mal auf die Gefahren zu sprechen, die nicht mit der Metropolregion verbunden sind, mit der Hamburg, sondern mit dem Fachkräfteproblem in unserem Land. Das wird ja immer ernster. Wenn wir mit Unternehmen sprechen, dann hören wir immer öfter, ja, wir suchen Ingenieure, wir suchen Spezialisten und so weiter. Und wir haben Schwierigkeiten, die nach Mecklenburg-Vorpommern zu bekommen. Wir haben schon ein Gesamtpaket im Angebot, bestehen aus Wohnungen, Kita-Plätzen und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich ein großes Problem. Was macht die IHK zu Schwerin, um darauf zu reagieren auch? Also das erste Problem ist natürlich, dass wir junge Leute, die hier in der Region wohnen, an die Region auch gebunden werden. Also diese Janierfunktion Schule, Wirtschaft, Schule, Beruf, dass man den jungen Menschen hier vor Ort dezidiert aufzeichnet, welche fantastischen Berufsmöglichkeiten die Unternehmen der Region überhaupt anbieten. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und seitens des Bildungsministeriums gibt es da auch eine neue Regelung, dass die allgemeinbildenden Schulen, insbesondere auch die Gymnasien, die Berufsorientierung mit aufnimmt, um jungen Menschen hier vor Ort eine Perspektive zu bieten. Aber darüber hinaus ist natürlich auch das Thema Fachkräftezuzug, Zuzug von Ausbildungs-, von Azubis ist ein Thema. Alleine wir hier bei der IHK zu Schwerin hatten im letzten Ausbildungsjahr 10 Prozent an ausländischen Auszubildenden. Also wir kommen nicht umhin, auch Werbung zu machen in anderen Ländern im Ausland. Wir haben es im Vorgespräch, Leute, die kommen aus Polen, sie kommen aus Kroatien, sie kommen aus Spanien. Das brauchen wir weiterhin. Das brauchen wir weiterhin. Und dort setzt sich auch die Industrie- und Handelskammer mit ihren Partnern ein. Dass wir also auch nach Spanien fahren und dort für unsere Region werben, um Auszubildende aus Spanien hier hinzubekommen. Und wir können es natürlich uns auch nicht erlauben als Europäer, dass in einigen Bereichen Europas die Jugendarbeitslosigkeit so groß ist, dass man da sogar schon von verlorenen Generationen spricht. Sondern da müssen wir zusammenstehen. Und wenn junge Leute hier ausgebildet werden, haben die Unternehmen hier vor Ort etwas davon, aber eben auch die Jugendlichen. Noch mal auf die Flüchtlinge zu sprechen zu kommen, Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Bringt das die erhofften Synergien, die erhofften Effekte auch? Oder ist das eher ein Langzeitprojekt, was man jetzt noch gar nicht richtig beurteilen kann? Das ist ein Langzeitprojekt. Also das wird man jetzt nicht innerhalb von ganz wenigen Jahren meistern. Woran wir arbeiten ist, dass die jungen Menschen, die eine Berufsvorbereitung durchlaufen über zwei Jahre, dass die jetzt Ende des Jahres, also im September, dann eine Ausbildung beginnen können. Und da sind wir sowohl mit den Berufsschulen als auch mit den Jobcentern dabei, diese jungen Menschen in Praktika und dann auch in Ausbildung zu bekommen. Aber lassen Sie mich eins sagen, das wird das allgemeine Thema der Fachkräftesicherung nicht lösen. Das ist ein Bestandteil, ein Baustein. Aber sehr viele andere Bereiche sind gefragt, also auch der Zuzug von Menschen aus anderen Regionen. Und wir gerade hier in Westmecklenburg, auch wir hier in Schwerin, haben ja seit doch zwei Jahren einen bedeutsamen Zuzug, auch von jungen Leuten, die dann hier mit ihren Familien eine Existenz gründen. Und das ist höchst positiv. Letzter Frage, Komplex, sind Sie Filmfan? Ein wenig. Wir haben ja das Filmkunstfest in Schwerin demnächst. Aber Film ist ja auch eine Wirtschaftsbranche, wenn man so will. Und die IHK zu Schwerin veranstaltet dieses Jahr auch mit Unterstützung natürlich des Filmkunstfestes selbst eine Branchenkonferenz zum Thema Filmwirtschaft. Was soll dabei letztendlich rüberkommen, dass Schwerin Mecklenburg-Vorkommern auch ein Filmstandort ist für die produzierenden Filmgewerke? Ja, also wir sehen das ja an einigen Serien, dass auch die Produktion vor Ort ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sowohl für den Einzelhandel als auch für die Hotellerie und fürs Gastgewerbe darstellt. Wir brauchen nur nach Lüneburg zu schauen mit den Roten Rosen oder Soko Wismar, wenn wir nach Wismar schauen. Ja, selbstverständlich. Das wollen wir auch weiterhin fordern. Hat die IHK da schon mal mitgespielt bei Soko Wismar? Wir haben da noch nicht mitgespielt. Hätte ja sein können, auch im Unternehmen. Aber stehen da jederzeit gerne zur Verfügung. Ich will nur darauf hinweisen, die Branchenkonferenz, die veranstalten nicht wir, sondern das Filmland. Wir ermöglichen das aber bei der IHK, weil wir der Meinung sind, dass das für Mecklenburg-Vorpommern eine positive Impulse mit sich bringt. Und wir sehen das in anderen Bereichen, anderen Bundesländern, wo das auch erfolgreich gemacht worden ist. Hier in Mecklenburg-Vorpommern tut sich da noch etwas schwer, was auch Filmförderung angeht. Da würden wir uns vielleicht noch ein bisschen seitens auch des Landes versprechen, dass man da gemeinsam mit der Filmwirtschaft vielleicht das eine oder andere noch umsetzt. Ja, das Filmkunstfest machen wir noch mal Werbung für diese fantastische Veranstaltung, die ja Anfang Mai hier stattfindet. Warum sollte man Schwerin dann besuchen? Na, weil hier ganz tolle Filme kommen, wenn wir nur an die Olsenbande denken. Und da werden große Veranstaltungen stattfinden. Also jeder Bürger, auch außerhalb Westmecklenburg, ist also herzlich eingeladen, nach Schwerin zu kommen, um hier ein gemeinsames Fest zu feiern. Ja, Herr Eisenach, vielen Dank für das Interview an dieser Stelle. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Und Sie haben es gehört, besuchen Sie Schwerin. Die Olsenbande wird deshalb gezeigt, weil die Olsenbande Dänemark natürlich Partnerland ist des Filmkunstfestes dieses Jahr. Wie gesagt, besuchen Sie Schwerin. Es lohnt sich auch außerhalb des Filmkunstfestes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.